Für einen guten Überschlag müssen wir unbedingt Handstand lernen. Schaut ihr dafür meine Handstand-Tutorials an. Als nächstes kommt der Handstand-Hüpfer mit langen Armen und dann auf eine Erhöhung. Und der Anhüpfer, das hintere Bein, kommt mit den Armen gleichzeitig nach vorne und abspringen. Und dann machen wir einen halben Überschlag auf eine Erhöhung. Wenn wir das alles lang genug geübt haben, können wir mit dem Überschlag anfangen. Viel Spaß!